Das Klima wird kritisch für die Menschheit. Was werden sie machen? Kapitalismus führt zu Kriegen gegen die Mehrheit. Was werden sie machen? Balitismus zerstört Menschen und die Umwelt. Was werden sie machen? Was werden sie machen? Dass die Mehrheit nicht rebelliert gegen die Reichen. Sie hetzen gegen die Armen, gegen die Fremden, gegen Migranten. Sie hetzen gegen die Schwachen, gegen die Linken, gegen Marxisten. Das Leben wird immer schwerer. Für die Mehrheit, was werden sie machen? Die Reichen werden stets reicher, parasitärer. Was werden sie machen? Die Lüge vom Konsumglück wird immer klarer. Was werden sie machen? Was werden sie machen? Was werden sie machen? Dass die Mehrheit nicht rebelliert gegen die Reichen. Sie hetzen gegen die Armen, gegen die Fremden, gegen Migranten. Sie hetzen gegen die Schwachen, gegen die Linken, gegen Marxisten. Ihre Helfer, Demagogen und Experten in den Medien. Ihre Helfer, Journalisten und die Schergen in den Staaten. Ihre Helfer in Verbänden, in Gewerkschaft und Bewegung. Sie alle affimieren, das Gebäude, Kapitalismus. Sie hetzen gegen die Armen, gegen die Fremden, gegen Migranten. Sie hetzen gegen die Schwachen, gegen die Linken, gegen Marxisten. Sie hetzen gegen die Armen, gegen die Fremden. gegen Migranten, gegen Migranten. Sie hetzen gegen die Schwachen, gegen die Linken, gegen Marxisten. Wie ist die Flachen? Sie wird gegen die Menschen, gegen die Menschen in gegeneinander verzeichnen. Wie ist die Welchen?